Hallo, schön, dass wir da sind. Heute mit einem sehr interessanten Thema und zwar dem Erfinder, dem Genie, dem technischen Genie Felix Wankel. Felix Wankel war ein technischer Autodidakt. Er hat nie Ingenieurwissenschaften studiert, er hat sich alle selber beigebracht. Wurde man später dennoch mit Ehrendoktorwürden und einem Honorar und einem Honorar-Professur gewürdigt. Zu Recht, es war ein begnadeter Erfinder. Auf ihn geht der Wankel-Motor zurück, der auch seinen Namen trägt. Ein vollständig neues Konzept im Vergleich zum Otto-Motor oder dem Diesel-Motor. Mit Felix Wankel tut man sich allerdings schwer, hat eine wirklich beachtenswerte Seite, seine Tätigkeit als Erfinder, als Erfinder des Wankel-Motors und auch weiterer Erfindungen. Und eine dunkle Seite. Er war damals ein früherer Anhänger der Nationalsozialisten und hat in seiner Heimatstadt Laa sehr früh schon erste Strukturen dieses Fanatismus den Weg bereitet. Er war ein fanatischer Anhänger auch der Nationalsozialisten und ja, man kann vielleicht sogar sagen, er war nicht nur ein hundertprozentiger Nationalsozialist, sondern vielleicht sogar ein hundertfünfzigprozentiger. Er war so ein Fanatist, dass er sogar seinen nationalsozialistischen Vorgesetzten richtig auf die Nerven gegangen ist. So sehr auf die Nerven gegangen ist, dass er sogar 1933 inhaftiert wurde. Felix Heinrich Wankel wurde am 13. August 1902 in Laa geboren und ist am 9. Oktober 1988 in Heidelberg verstorben. Das ist ein Bild von ihm. Das Bild wurde aufgenommen 1960, da war er schon 58 Jahre. Der Titel meines Videos lautet, was ist bloß los mit dem Wankelmotor? Der Wankelmotor konnte sich letztendlich trotz großer Euphorie in der Autoindustrie nicht durchsetzen. Der Automotor und der Dieselmotor, die zuvor schon ihre Erfolge feierten, wurden durch den Wankelmotor nicht ersetzt, obwohl irgendwie alles darauf hindeutete. Und deswegen ist die Frage vielleicht jetzt nicht aktuell, denn die Entwicklung des Wankelmotors ist seit mindestens 60, 70 Jahren eigentlich abgeschlossen. Aber dennoch interessant, warum hat sich der Wankelmotor nicht durchgesetzt? Es gibt eigentlich keinen Automobilhersteller, der den Wankelmotor in einem seiner Massenfahrzeuge oder Massenpositionen einsetzt. Trotz, dass er zu seiner damaligen Zeit, also in den 50er, 60er Jahren, als der fortschültigste Motortyp galt. Vielleicht zunächst noch zur Person von Felix Wankel. Wankel war gelernter Kaufmann und in der Tat, wir werden noch sehen, er hatte wirklich kaufmännisches Talent und wie gesagt technischer Autodidakt. Er war ein hochbegabter Mensch und brachte sich das Wissen eines Maschinenbauingenieurs im Eigenstudium bei. Seine technische Meisterleistung, trotz dass er letztendlich gescheitert ist, ist der Wankelmotor. Dieser Wankelmotor verfolgt im Vergleich zum Otto oder dem Dieselmotor ein vollständig anderes Prinzip. Ich stelle sich natürlich die Frage, wie kam jetzt Wankel auf die Idee, einen vollständig anderen Motortyp konstruieren zu wollen. Wankel war leidenschaftlicher Automobilist, aber ihm war die Vibrationen, die sich durch ein Otto-Motor oder ein Dieselmotor im Fahrzeug ergaben, zuwider. Ja, die Vibrationen, die stört nicht. Er merkte, er spürte als technisch begabter Mensch, hier ist ein technisches Problem, niemand will diese Vibrationen haben, irgendwas stimmt ja nicht. Vibrationen erzeugen ja auch Energie und es war ihm klar, es ist unangenehm, es ist eventuell laut, aber insbesondere ist es eine Verschwendung von Energie. Hier wird also wirklich Energie nicht in den Antrieb geführt, sondern verschwendet als lästige Vibrationen, die eigentlich nur stören. Wankel erkannte daher das Problem. Es war ihm auch relativ schnell klar, woran das Problem gelegen hat. Die damaligen Motoren, hier ist das Prinzip der sogenannten Ständeruhr, die im Grund der erste Motortyp Otto-Motor darstellte, der für den Einbau in ein Fahrzeug tauglich war. Bei dem Otto-Motor ist es so, dass eine lineare Auf und Ab oder Vorwärts- und Rückwärtsbewegung durch den Motor erzeugt wird. Und natürlich muss diese lineare Bewegung in eine Kreisbewegung überführt werden. Und die Vibrationen entstehen ist eben einfach dadurch, dass das Auf und Ab, Auf und Ab, Auf und Ab einfach vorhanden ist und dadurch seine Vibration hinterlässt im Fahrzeug. Das war also das Problem, das war also klar. Und dann wird es auch sofort klar, dass hier nur ein anderer Motortyp helfen kann. Wangel wusste also, dass diese lineare Führung der Kolben durch ein Otto-Motor oder Dieselmotor mussten umgewandelt werden in eine rotatorische Bewegung. Und hier sieht man auch einen Ausschnitt aus seinem Patent. Hier sieht man verschiedene Strukturen, die nahezu eine Rotation ergeben. Wir sehen hier einen Ellipsoid in der Mitte, der sich dreht innerhalb eines Hohlraums, eines kreisförmigen Hohlraums. Und durch den Ellipsoid werden verschiedene Bereiche gegeneinander getrennt, abgetrennt, die auch durch stark unterstädlich hohe Drücke gekennzeichnet sind. Und hier ergibt sich auch bereits ein großes Problem, oder eigentlich das Hauptproblem, an dem auch letzten Endes der Wankelmotor gescheitert ist, nämlich die jeweiligen Spitzen des Ellipsoids trennen Bereiche mit sehr unterschiedlich hohen Drücken, nämlich einen Bereich mit einem sehr hohen Druck und den anderen Bereich gegenüber der Spitze mit einem sehr niedrigen Druck. Das bedeutet, durch diese schmale Spitze, die entlang des Hohlraums, des kreisförmigen Hohlraums verläuft, müssen sehr unterschiedliche Drücke voneinander getrennt werden. Und natürlich ist das eine erhebliche, irgendwann mal unendlich hohe Belastung für die Spitze, die nicht dazu führen kann, dass hier eine dauerhafte Funktion sichergestellt werden kann. Das ist also tatsächlich das Hauptproblem des Wankelmotors, diese Abdichtung, dieses Standhalt, dieser schmalen Spitze von Bereichen mit stark unterschiedlich drücken. Was letztendlich ein technisches Paradoxon ist und dazu geführt hat, dass der Wankelmotor aufgegeben wurde. Aber, wie gesagt, Felix Wankel war ein hervorragender Techniker, der immerhin das hinbrachte, dass der Wankelmotor doch auch in gewissem begrenzten Umfang gebaut wurde, auch als Massenfahrzeug, aber letztendlich dann doch scheitert es. Es war wirklich ein Problem, das eigentlich für jeden Ingenieur so schwer ist. Es ist nicht lösbar und auch dieses Genie, das technische Genie Felix Wankel, der auch in diesem Bereich der Technik seinen Fanatismus zeigte und hier dann natürlich auch gute Erfolge feiern konnte, aber letzten Endes doch an diesem Problem scheiterte, sodass der Wankelmotor tatsächlich eine gewisse Zeit des Hypes, der Euphorie bei allen großen Automobilherstellern, General Motors, Mercedes-Benz, Toyota feierte. Aber dann folgte relativ zügig, nach ein paar Jahren, eine Zeit der Ernüchterung, wo es irgendwie klar war, für einen Dauerbetrieb und dann auch für die Massenproduktion ist der Wankelmotor nicht geeignet und auch in absehbarer Zeit nicht in einer Weise herstellbar, um sich in dieser Massenproduktion zu bewähren. Aber wie gesagt, Felix Wankel hatte auch noch eine Zweilebegabung. Er war ein hervorragender Kaufmann und er konnte in der Zeit der Euphorie mit den großen Automobilherstellern lukrative Lizenzverträge für sich abschließen und war dann ein reicher Mann. Er konnte dann auch noch sein Institut, das er noch aufgebaut hat, um eben seine Erfindung weiter zu propagieren, auch noch sehr teuer an Mercedes-Benz verkaufen und war wirklich dann sehr, sehr reich. Es ist eigentlich sehr erstaunlich. Letzten Endes muss man sagen, als Erfinder ist Felix Wankel gescheitert, aber er wurde ein reicher Mann. Da gibt es ganz andere Erfinder, deren Erfindungen, beispielsweise jetzt Goodyear, ja, tatsächlich sich irgendwann mal durchgesetzt haben und die Welt verändert haben. Ein weiteres Beispiel ist auch Nikola Tesla, die aber dann selbst verarmt und vereinsamt gestorben sind. Es ist ganz erstaunlich, wie jetzt quasi, oder überraschend, es ist schon gerechtfertigt, dass Felix Wankel einen angenehmen Lebensabend hatte, denn trotz alledem konnte er wirklich die Technik seiner Zeit bereichern. Aber es ist trotzdem irgendwie dann, wenn man es vergleicht mit anderen, die wirklich deren Erfindung noch bedeutend, vielleicht wirklich wertvoller, wichtiger waren für uns, für die technische Entwicklung, für den Fortschritt, die aber dann leider kein so ein erfreuliches weiteres Leben genießen konnten. Ja, soviel zu Felix Wankel. Wie gesagt, eine Persönlichkeit mit hohem Fanatismus und in einem Bereich war der Fanatismus wirklich, hat er Früchte getragen, wofür wir ihm dankbar sein können. In einem anderen Bereich wäre es besser gewesen, auf Fanatismus zu verzichten. Ich meine damit natürlich insbesondere dieses Nationalsozialismus, sein Engagement und schrecklich, diese Verstrickung, diesen Sumpf, in den er sich eingelassen hat und in dem er wirklich dann auch noch gewirkt hat und zwar wirklich auch verheerend. Ich habe ja schon angesprochen, er wurde sogar, weil er wirklich also 150-prozentiger war und dieser Bewegung in seinem Heimatstaat seinen Stempel auftrücken wollte, vielleicht sogar militärischer gestalten wurde, also furchtbar, wurde er sogar inhaftiert. Aber schon damals war eigentlich Felix Wankel, also in den 20er, 30er Jahren des letzten Jahrhunderts, ein berühmter Mann. Er hat sich auch auf anderen Gebieten sehr bewährt. Er galt als der Abdichterkönig. Ja gut, Abdichten ist ja jetzt wirklich auch hier beim Wankelmotor das wesentliche Problem. Und hat dann wirklich einen Ruf gehabt und er hat ja auch wichtige, bedeutende Förderer. Er war wirklich sehr bekannt und Wirtschaftsberater von Adolf Hitler und kannten ihn sogar und haben ihn gefördert. Und so kam es dann wirklich dann auch dazu, dass er trotz seinem Fanatismus, seiner Verrücktheitseite, furchtbar ist. Es ist wirklich ein Aspekt bei Wankel, der mir schwerfällt. ihn, ja, richtig darzustellen. Das ist mir vollkommen fremd, dieser politische Fanatismus. Aber er war nun mal da. Und es ist schon so, dass eigentlich durch seine technische Begabung und daraus folgen die Bekanntheit im Reich, die bis zu Adolf Hitler reichte. Scheinbar hat Adolf Hitler persönlich dafür sorgte, dass er wieder außer Haft entlassen wurde, um eben seine technischen Entwicklungen fortzusetzen. Ja, und letzten Endes führt es dann doch zur Entwicklung des Wankelmotors, der aber wie gesagt nur ein, kurzes, kurze Erfolgsstory war und eigentlich im Grunde begraben wurde. Und es gibt immer mal wieder neue Versuche, den Wankelmotor wieder aufleben zu lassen, eventuell mit neuen Materialien. Aber sie sind bis dann alle gescheitert, weil es ist halt einfach so, ich meine, Bereiche, die unterschiedliche Drücke haben, und zwar mit deutlich unterschiedlichen Drücke, dann braucht man einfach Material zum Abdichten. Und diese Abdichtung ist beim Automotor überhaupt kein Problem. Da kann man einfach mehr Material an den besagten Stellen machen, weil einfach da eine Entkopplung ist von Bewegung und Abdichtung. Das, was sich bewegen soll oder richtig bewegen soll, muss nicht abdichten. Aber hier ist eine Kombination einfach, und das ist wirklich die Krux an diesem Konzept, dass in einer Position zwei Dinge erfüllt werden sollen, und zwar eben das Standhalten gegenüber Drücken und das Abdichten und dann das Bewegen. Und das funktioniert halt nicht. Der Automotor, auch wenn es jetzt der Vorläufer war, hat im Grunde dieses Problem dadurch gelöst, dass er die Bewegung woanders hinsetzt, wo man abdichten muss. Und Wangel ist im Grunde an den falschen Weg gegangen, dass er im Grunde diese zwei Sachen Abdichten und Bewegen zusammengeführt hat. Und das führte für ihn eine technische Sackgasse, die letzten Endes zum Ende seiner Erfindung führte. Dennoch ist der Wangelmotor wichtig für die weitere technische Entwicklung. Und wird auch immer gewürdigt als weiteres, unabhängiges, neuartiges Motorkonzept. Und schauen wir mal, wie es hier weitergeht. Vielleicht wird man ja in der Tat mal ein Material finden können, das ohne Probleme diese doppelte Aufgabe lösen kann. Ich hoffe, ich konnte Ihnen ein bisschen von Felix Wankel und seiner Entwicklung, seinem Leben erläutern, beschreiben. Ich hoffe, es war für Sie interessant und spannend. Und ich würde mich sehr freuen, Sie bald wieder hier begrüßen zu dürfen. Auf Wiedersehen. Ich hoffe, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!